Habt ihr eine Ahnung, wie stolz ich auf Deutschland war, als sich die Regierung 2003 gegen die USA positioniert hat wegen des Irakkriegs? Ich war so stolz auf Deutschland, ich habe angefangen Schlager zu hören und hab die deutsche Autobahn geküsst. Ich war so stolz auf Deutschland, ich wurde sogar pünktlich. Ey, ich war stolz, weil Deutschland das Richtige getan hat. Und die ganze Welt hat uns dafür wertgeschätzt, weil wir einem Verbündeten gesagt haben, wir sind zwar Freunde, aber setz im No-Go. Und jetzt, 20 Jahre später, wird dieser Stolz immer kleiner, weil das Land, das ich liebe, eine Regierung hat, die der israelischen Regierung einen Freifahrtschein gibt, gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Das Völkerrecht, das in anderen Konflikten so wichtig ist. Man gibt einen Freifahrtsschein einer israelischen Regierung, in der es Radikale gibt wie Ben-Gvir, von dem es Videos gibt, wie er mit extremistischen Siedlern das Bild eines 18 Monate alten palästinensischen ermordeten Kindes verbrannt hat und alle jubelten, das ist das zweite Mal, dass das Kind brennt. Dieser Ben-Gvir ist heute übrigens verantwortlich für die israelische Polizei. Da fühlen sich die Palästinenser bestimmt sicher. Oder da wäre noch Minister Eliyahu, der sagte, dass eine Atombombe auf Gaza eine Option ist. Aber für diese Aussage wurde er doch bestimmt gefeuert. Nein, er wird nur für paar Sitzungen ausgeschlossen. Er bekommt eine Zeitstrafe wie beim Handball. Und wir haben natürlich Ministerpräsident Netanyahu, den 76% der Israelis loswerden wollen. Netanyahu, der laut eigenen Worten den Osloa Friedensprozess zwischen den Israelis und Palästinensern sabotiert hat, weil er gar kein Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung hat. Netanyahu, der das Erstarken der Terror-Hamas laut israelischen Berichten aktiv unterstützt hat, um Palästinenser zu spalten und um der ganzen Welt zu sagen, wie soll ich denn mit solchen Barbaren verhandeln? Ein Frieden im Nahen Osten ist nicht möglich mit der Hamas, keine Diskussion. Aber genauso wenig mit dieser israelischen Regierung, die gezeigt hat, dass bei ihnen der Schutz von unschuldigen Kindern und Palästinensern generell von der Priorität her genauso hoch ist, wie der Tabellenplatz von Schalke 04. Und dass ausgerechnet die deutsche Regierung mit der deutschen Vergangenheit solche Nationalisten in Schutz nimmt, ist völlig absurd. Und hier geht es nicht darum, welche Kultur dir lieber ist, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Denn ich sehne mich danach, nochmal so stolz auf Deutschland zu sein, dass ich wieder Schlager höre, die deutsche Autobahn küsse und endlich wieder pünktlich bin.